Ich hab'n Fallenstimmung gebracht. Ich hab'n Fallenstimmung gebracht. Hä? Hä, wärst du denn nicht selbst tot? Moment mal. Was? Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Mörder zusammen mit Alfisti. Okay, der ist irgendwie nicht mehr da. Und, äh, ne, Yami, Nexus, aka Nexus, der geile. Geschlechter. Okay, let's go. Du bist nichts, deine Existenz ist gar nichts. Das war so'n Typ, Komnetz-Schwarz mit so'n komischen reißen Lächeln. Ach komm schon! Komm her! Komm her, du Schwarz-Dicker. Also, ich weiß nicht. Ey, nee, nee, Alter! Wir wollten nicht schießen. Ah, scheiße. So kriegst du diese Schneebälle her, oder was es so immer ist. Oh, weh, Alter. Ich schwöre dir. Nee. Ähm. Ach, es gibt jetzt einen Stunt. Nee, ich bleib' hier im Haus. Also, der Typ, der auf dem Baum ist, der ist grad gearscht. Oder? Ich glaub' der. Ein ruhig. Rise, man! Wo ist denn der Pist? Willst du mich grad mit nem Bogen killen, oder was? Nein, ich hab' immer noch, ich hab' noch einen. Ah, du bist drei! Nein! Geh weg! Geh weg! Ich hüpfe um dich rum! Du kriegst du mich nicht! Fuck! Fuck! Nein! Nein! Jetzt muss ich mir ein neues holen! Mann! Nein! Alter, du packst extrem rum! Ach, von der Hinsten kriegt man die, okay. Ich kann nur laufen. Danke, dass du mir gezeigt hast. Scheiße. Nein! Ich glaub' der Killer kann wirklich scheiße hier was machen, weil das so offen ist. Ich hab' mich da nicht getroffen. Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Boah! Oh, die Tricks! Das war aber grad so verdient! Nein! 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 Oh, das war doch ganz knapp an dir vorbei! Ich hab' einen Fallen schon umgebracht! Hä? Hä? Wärst du denn nicht selbst tot? Moment mal! Was? Ich sag' das mal! Haha! Du bist ein Arschloch! Ach, Mann! War ich schneller gewesen! Ich hasse dich, Junge! Ich wollt' eigentlich Zell umbringen mit meinem Bogen! Mann! Was hab' ich euch getan, dass ihr euch mich umbringen wollt?! Keine Ahnung! Einfach so! Ich glaube nicht! Haha! MAAANN! Hab' ihr euch! Hey! Eine Frage! Du Bastard! Jetzt kommt! Jetzt kommt ein Nexus dran! Wo ist dieses Schwein? AAH! Kommt! Fuck! Scheiße! Ist was im Vergleich, das war's wert Boah, ich sag hier Rimuru Tempest Ich glaube, der Typ in rot ist es Halt dein Maul! Kann jemand den mal umbringen? Wehen! Wehen! Halt einfach dein Maul! Ja, so ein Mikro... Ja, das ist dieser... Mit diesem Creeper-Hintergrund da! Ah, okay, 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 okay... Weil der Typ, der... Der hat so grad so richtig spioniert und ich... Der wollte mich, glaub ich, mit... Schwert abwerfen, aber ich hab halt... Ich bin grad voll in sein Zimmer reingerannt, wo er grad jemanden umbringen wollte. Ich seh dann nur... Also ich steh hinter ihm, auf einmal zieht er sein Schwert. Der war da unten... Der ist so, sag mal so... Ja, der ist da, der ist da, der ist... Da ist er! Ja! Ja! Ich hoffe, ich hat dieses Video gefallen, dann lass doch mal einen fetten Daumen hoch da! Seid abonniert meines Kanals! Schaut bei YamiNexus vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt! Äh... Und, äh... Schaut auf meinen Discord-Zeug vorbei! Ähm... Schreibt auch gerne eine Bewerbung für meinen YouTube-Clan! Und, äh... Ja... Schaut auch gerne bei meinem Minecraft-Projekt Minecraft Ragnarök und Teil im Travel vorbei! Hau da rein und ciao! Leute! Ihr müsst da so! Jungen, gerne beim Os einem Cerb Schl fuer Tall inação Untertitelung des ZDF, 2020